Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part, dies im 4, die No Money Challenge geht weiter und ja, wir hoffen, dass Eleanor in diesem Part stirbt und ja, natürlich auch voranzukommen, was bei Mime das Streben angeht, damit er endlich zum Vampir werden kann, weil ich muss dafür den Hunger wegmachen, ich weiß nicht warum die Entwickler so dämlich sind, weil früher war es auch nicht, aber naja, Entwickler sind halt dämlich geworden und du darfst mal von Yasmin da was vorgelesen bekommen eben und dein, ah ne, das ist das falsche Kind. Aber wobei andererseits, Octavia ist ja auch nicht da, deswegen, aber es ist halt wichtig mit gut genacht Geschichten, weil sonst kann es sein, dass sie in der Nacht aufwachen und das will man ja nicht, man will ja auch mal seine Ruhe vor den Queregeistern haben und ja, also hat ja nichts mit ihnen zu tun, sondern einfach, dass es ein bisschen Ruhe einkehrt und ich hab gesagt, kein rumgespräch, so, weiter geht's und ich hoffe, Eleanor stirbt wirklich in dem Bad, also das sage ich nicht nur so natürlich, das meine ich ganz, voll ganz ernst, voll ganz Ernte, wenn ich voll nur kurz ernte Na schau, ich brauche Sascha, kannst du mal auf einen Scheiß zu bauen, Junge, ich werfe dich bald an die Kloschüsse rein, Junge, und er tränkt dich da Na, Octavia ist zurück, lol, jetzt habe ich schon ihr Kind von mir anders vorlegen lassen, also, naja, egal Wenn es weiter geht, werde ich ihn töten und mir auch einen neuen Charme machen, weil, nee, aber ich glaube nicht, dass die Probleme dann weggehen, weil, hat ja nichts mit dem Char zu tun, sondern mit dem blöden, dreckigen Entwicklern, also, ja, die hasse ich immer noch Was ist auch böse, wenn ich alle Menschen hasse, ich weiß es nicht Weil eigentlich, weil man grenzt ja so gesehen niemanden aus, man hasst ja jeden so, es wird niemand diskriminiert, es werden alle gehasst Und, oh scheiße, das wollte ich nicht wegdrücken, egal Bei meiner bricht das bestimmt eher ab, der Huchensohn Ähm, du musst essen, genau, gut Dann mach das mal Er ist minder, muss auch essen, oder? Ja Gut, dann kannst du danach auch mal essen gehen, ruhig Und, ja Einen Herd lassen wir erstmal, weil wir brauchen den ja sowieso Nicht Was? Das interessiert auf einmal? Also, ich meine, ich weiß, die ist Vegetarierin, aber früher hat das ja auch nicht nicht gejuckt Verstehe ich jetzt nicht Und was auf einmal Ach so, wegen dem DLC durchgeholt habe? Wegen dem Essence DLC? Das war so ein kleineres, aber Okay, vielleicht liegt es daran Ansonsten verstehe ich es nicht ganz Aber gut, dann mach man den Garten so laut Sollte ja kein Problem sein Vielleicht? Keine Ahnung Ja, keine Ahnung, wie ich das minder sonst rette, ne? Aber gut, meiner Ah, die Betörung von Cassie Malm, nice Also zählt die Betörung, oder? Was ist los? Alter, hör doch mal auf mit den Gruppengesprächen, Mann Ich klatsch dich gleich gruppenhaftig weg, Junge Ich sag keine Gruppengespräche, Mann Ey, ich hasse diese Gruppengespräche, ne? Aber gut, es klappt alles, wenn keine Gruppengespräche sind, das ist gut Fähigkeit erworben, die Fantasiefähigkeiten nämlich Hat der Kleine erworben wegen dem Vorlesen, und das ist halt wichtig, dass sie halt vorgelesen werden Dadurch schlafen die halt durch und, ja, du hast deine Ruhe vor denen Aber gut, wie ist das bei dem anderen hier, Tjana? Ah, das Wird halt Zeit, dass der auch pennen geht, Mann Ah, ja Das, ähm Heißt halt schon, dass ich in Ohnmacht gefallen bin, was eigentlich nicht der Plan war, aber Gut, manchmal kommst du wahrscheinlich nicht drauf rum, ne? Drum rum, weil Ah, sieh mir Recht geht's Okay, gut Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Jenna Und Cole natürlich auch Bo, Bernice, nein Ich will mich nicht mit der unterhalten Und du Hey, warum ist sie nicht mehr hungrig, die Pflanze? Egal, ich streiche immer die Pflanze Die sich dann hoffentlich gilt, aber Anscheinend müssen wir noch warten Aber Warum? Nein Keine Erkundung, jetzt lasst mich hier noch rum mit der Scheiße, blöden Entwickler Vor allem ihr Trottel, warum baut ihr das Jahre später ein? Wo es keinem mehr juckt Ich habe mir selber das Spiel beigebracht Ich brauche eure Scheißhilfe nicht Und euch auch nicht Oh ja Genau, yay boo, genau 9 von 10, gut Dann halt dich noch ein bisschen ran Und vor allem hör auf Gruppengespräche zu hören Du Trottel Du Trottel Gut So Jetzt hängt hier der Scheiß bei mir rum, ey Oh Shit, da habe ich was weggedruckt, was von dem Kleinen war Aber es wurde ja auch gesagt, dass ich das nachlesen kann bei ihm irgendwo Und ich habe da irgendwas mit Schlaf gelesen Ich habe da doch irgendwas mit Schlaf gelesen Was soll die Scheiße, mal Ja, leichter Schlaf Kleinkinder haben einen leichten Schlafsitzel Denn die haben dazu ab und an aufzuwachen müssen Wieder schlafen gelegt werden, wenn sie noch müde sind Entwickler, ihr wollt einem doch nur auf die Nerven gehen Und auch Sims vertreiben Ey, das kann man mir nicht erzählen, Mann Was soll diese Scheiße Du freust dich, dass die Quillgeister endlich mal schlafen Und dann ist das immer noch nicht der Fall Weil die Entwickler dumme HSs sind Einfach Die haben einfach nur damit auf die Nerven gehen wollen Ja, mit Cassie einfach plaudern Ein bisschen So Ja, ruhig leidenschaftlich küssen, ist okay Wenn mein Schal das nicht gerade abbricht Der kleine HS So Ja Alles gut ist auch Selbst wenn das Essen hier rottet Man kann es halt wieder sauber zaubern Müssen wir halt nur darauf achten Dass der kleine Dass der Manuel glaube ich Nicht Der Manuel nicht dran geht hier Das wäre ganz gut Über Gruppen reden Über Gruppen reden Über Gruppen reden Über Gruppen reden Tratsch Ne Was müsst ihr Ah ne hier Gruppen Stimmt ja Reden über Genau So Mit ihr bei Gruppen reden Mit fünf Gruppenmitgliedern Und leider ist die Hälfte schon wieder nach Hause gegangen Was nicht cool ist Wobei ne, die sind ja zu uns reingegangen So Genau Und bei dir natürlich auch hier Reden über Reden über Dann auch bei ihr Bei Bernice Oder Beatrice Oder wie auch immer Schmertries Reden über So Mit ihr Nicht über irgendwas reden Schade Hatte ich vermutet Aber ich wollte trotzdem nochmal Auf Nummer sicher gehen Warte mal habe ich das richtig gehört Dass äh Dings müde ist Octavi Ja Habe ich richtig mitbekommen Wenn ich da bin dann bin ich halt voll und ganz da Jenna 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 Wie viel Spaß Ne Ne Vielleicht Umgebung einfach Okay Ja dann äh Wobei Die auf Ähm Räumen lassen Das ist keine gute Idee Tja Weil der Elena nicht nur so auf die Nerven gehen Könnte die das eigentlich übernehmen Aber Gut Ja vielleicht lass ich einfach Jenna hier aufräumen Weil sie stört es ja und so Ja Und man das eigentlich nicht so gut gefällt Aber Naja Egal So Äh Wo ist eigentlich jetzt Minder Wie geht's dir? Was machst du? Duschen und dir geht's super Und ja es hat zu den Präferenzen gepasst Gut Weil ich habe darüber überhaupt nicht geachtet Und ich muss auch ein bisschen auf meinen Schaden achten Wobei ich sollte auch die PCs sperren Dass die halt nur für ähm Haushaltsmitglieder sind Weil so Weil wenn jetzt noch irgendwer an den PC geht wäre jetzt scheiße Also Das Benehmen von Sascha gefällt mir ganz und gar nicht Hehehehe Jaja Du mich auch Cassie Aber welches Benehmen? Ich habe keins also Weiß nicht was sie darüber redet Aber trotzdem mit mir am flirten und sein so Naja Ist halt so Äh Der erfolgt der Gruppe FFG haben wir einzig und allein unserem farberhaften Gruppenleiter Sacha Reel zu verdanken Äh Gruppe FFG nicht zu toppen für ein super was Sacha Reel daraus macht Sehr schön Ah Was hier los? Angeflordet werden, okay Das wäre an sich kein Problem wenn es kein Gruppengespräch wäre aber Ja Ja Junge Der Leitung von Sascha Reel wird die Gruppe immer besser Ja Kann sollen Er ist halt noch die Frage klappt das auch Sascha hat doch auf Junge was machst du? Sollte sie nicht ablehnen Junge ich lehne dich gleich ab alter Alter Er ist so ein dummer HS einfach ne Wo ist jetzt eigentlich die äh die Melee? Achso sie räumt hier auf? Okay Das ist sehr nett von dir aber eigentlich bist du nicht deswegen da Gruppe wütend verlassen Was? Küh Rauswerfen Nein Spaß Nein Spaß sie kann ruhig hier bleiben erstmal Wobei ich weiß nicht ob das so einen Sinn macht sie in der Gruppe zu behalten aktuell Deswegen ja Kann ich sie eigentlich raus meißen soweit So wichtig ist sie mir halt auch nicht ne Wobei ich könnte mit dir ein Kind erzeug? Als ob halt Warte mal als ob das geht Als ob das jetzt geht Ja 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 das hat Cassie mir auch gesagt ich hab kein Benehmen Ihr liegt da falsch hier beiden Aber als ob ich jetzt mit ihr in die Kiste helfen konnte Also wenn hab ich ein Problem Ah ok gut Wollte ich schon sagen als ob das geht So Gut Ähm ja was wollte ich eigentlich noch machen Irgendwas wollte ich gerade machen Genau sie aus der Gruppe werfen Ja Cassie werde ich behalten halt Ja ich hoffe die kann man da kann man auch die Freundschaft irgendwie noch kippen Weil sonst kommt die mir immer so Äh Rauswerfen So Und Bernice kann ich auch mit rauswerfen eigentlich Was macht die überhaupt hier Wo ist die Bernice Bernice da ist Bernice So Dann werde ich wen anders rein holen Weil ja Macht halt mehr Sinn So wenn ich eh keinen Bock auf sie hab So warum dann beiden So ich mein Ja Raus mit dem so Raus mit dem Müll Ja Ah jetzt auf einmal ist hier auch nicht um mich wieder Okay Verabschauen sich jetzt Na ist sehr schön Habe ich jetzt auch einen Bernice rausgeschmissen oder nicht Hey Sascha du sollst da nicht labern Du sollst da rauswerfen Junge ist deine Gruppe Mach mal hier Deine Autorität walten und schmeiß hier raus Nein nicht Tag verschönern Das hier nicht Ah Ich bin dann meine Tochter ist wach Cassie So dann möchte ich hier auf jeden Fall rauswerfen Mach mal hin Ja Junge Was ist los mit dir du nochmal hs man Und wie geht es hier Ah Scheiße Pflanze Yes Erstmal den Kuchen Und dann muss sie glaube ich nochmal Kuchen essen und dann stirbt sie Oder so Mal gucken Es den Kuchen So kannst man hier ein Schaumbad nehmen Ja machen wir mal So Und da willst du nicht eigentlich schlafen gehen Jetzt willst du nicht schlafen gehen Okay Komm auf damit Ah stimmt das war Octavia Wir haben sie noch nicht ganz tot aber bald Sehen gleich die Tür auch mal auf Nein die wird nicht zimmerlich Darauf habe ich keinen Bock Deswegen Nö Machen wir es nicht Alter wie ich das hasse ne Das dann direkt weiter geschaltet wird hier Nein du darfst hier stehen bleiben Nein Nein Wag es nicht duschen zu gehen Du bleibst So Ist die Bernice jetzt draußen oder muss ich immer Junge Cha Willst du mich verarschen Du schmeißt die jetzt raus Und sonst schmeiße ich dich aus der ganzen Welt raus Indem ich dich töte du Arschloch man Hör mal auf Scheiß zu bauen Dreckiges A-Hole man Dreckiges A-Hole man Nein du machst das sauber Du wirst das sauber machen Ganz ehrlich So Hier Äh Gruppe mit 8 Sims leiden Sozialgruppen Ist halt auch extra scheiße so Früher konnte ich ja auch immer verwandeln Jetzt auf einmal brauchst du hier äh Dings ähm Brauchst du hier äh Dass du keinen Hunger mehr hast Das ist richtig scheiße ist man Nee 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 Wichtig Nicht nur ihres wegen Sondern auch wegen Suvella ihrer Tochter Ja Die hasst mich Louis hasst mich Leila 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 So Und dann noch Lily Oder Clara Clara Ah Clara wäre auch sehr richtig Ja Durchaus Nice Das erste Bestreben von einigen Fertig hier Die haben also das nächste von einigen Das von der Lebenszeit verraten Weiß ich jetzt nicht Herrlich reich wie weit sind wir da Nicht weit Okay Macht Sinn Äh Vielleicht Getränke mixen Ein bisschen weiter machen Wobei was könnte ich abschließen Äh Maßregeln Hm Lass mal überlegen was ich so machen könnte Meisters Unfugst Ja na klar 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 Easy Aber erstmal schicke ich meinen dann denke ich auch mal schlafen eben Hat gut genug gearbeitet Ah Gruppenversammlung kann ich ihn auch mal weg machen hier Ah Techtel Mächtel kann ich einfach vorher noch machen lassen mit Cassie ist kein Problem So Ah Techtel Mächtel Cassie Dann schicke ich ihn einfach schlafen so Ah genau So Wie siehts bei dir aus Sorry Essen wir auch ganz gut bei ihr Ja Achso Abgeschlossen ich beschlimm Sascha hat gerade seinen Traum von wirklich eine bekannte Gruppe zu leiten Das hat viel Schweiß und Anwerbungsarbeit gekostet Verdientes merkt man natürlich Führungspersönlichkeit Gruppenübernahmen sind nun immer erfolgreich und Sascha kann nicht des Amtes enthoben werden Ich wusste gar nicht dass man des Amtes enthoben werden können Also wenn ich meine Keine Ahnung was da los oder Also warum ich nicht des Amtes enthoben wollen Wahrscheinlich weil es nur Cassie und Melee auf mich abgesehen hat Ja Wie gehts Jena Achso Also weil Melee Ja rausgeworfen worden das räumt ihr nicht mehr auf Die kann sie nur Nein Spaß aber Sascha du kannst mal kurz mit Kersti Techtel Mechteln Und dann wenn das geht Wenn sie Bock hat und Ja Wobei Eleanor Da muss ich drauf achten Ich trottel Muss ich mehr drauf achten als wir alles andere Äh achso die muss die Pfütze auch noch weg machen Weil Das geht gar nicht dass sie in den Bude macht Auch wenn ich äh Ja Sie halt im Raum eingesperrt hab Das heißt trotzdem nicht dass sie hier einfach denkt äh Molly machen zu können Sowas geht gar nicht Ja Wobei es eigentlich ganz gut dass mancher schlafen geht Dass ich mich voll und ganz auf den Tod von Eleanor konzentrieren kann Weil das halt das Hauptziel natürlich So So teilt die Mächte mit Cassie Los jetzt Wenn das geht Weil ich glaub die Romantik ist auch viel zu niedrig Und nein du wiegst hier auf Und wenn das letztes was in deinem Leben ist Du wiegst hier auf Ja Ich erinnern willst du mich verarbeiten als ob du dich schon durch bist Wobei mit dem Müll wasche Die ganze Bude ist aufgeräumt Mann ich hätte Melee nicht rausschmeißen sollen Scheiße wie geil haben die denn bitte zusammengearbeitet Normalerweise verkackt das die KI als dass die das macht Aber schaut sich an Die Bude ist sauber Ist ja sehr sehr gut gearbeitet Jenna und Melee Und Gartensalat steht hier noch rum Ist der noch gut Ist der schlecht Sieht noch gut aus Ausgezeichnet aber kann man mal weglegen Und das hier dann auch bitte wegwerfen Und dann passt das ey Danach dass sie auf Klo gehen Und klappt es ja ne Ja scheint perfekt Sehr schön Komm schon Pflanze Kill sie Kill sie Kill sie bitte Und ich muss aufpassen dass sie nicht essen geht Weil Klar sie stirbt jetzt durch die Pflanze aber Und nicht durch den Hunger aber Das heißt nicht dass sie unsere Vorräte hier Mampfen kann Das sind unsere Die von meinem Chao und den Mitbewohnerinnen Und den äh Mitbewohnern Den Kiddies Weil natürlich auch Ähm Den Kleinen Mitbewohnern kann man sagen Wie geht's dir eigentlich Ganz gut Okay Wie sieht das aus mit Beförderung Oh okay Ja ich sollte hier freigeben Ich sollte hier einfach freigeben Dass sie hier ein bisschen Auf die Beförderungsanforderungen gehen kann Ähm Natürlich erstmal verklicken Hehehe Hat sie keine freien Tage Kannst du sagen Nach Heiratsumurkunde fragen Was Kann man das verkaufen Hehehe Urlaubs halt nehmen bitte Und dann darfst du Wobei ich mich auch immer frage was die da viel labern Weil Gefühlt labern die halt die äh Labern die da halt ähm Dann so von Gott und der Welt so ne Anstatt einfach zu sagen Jo ich bin im Urlaub So Jo ich bin im Urlaub Äh Wo ist hier die Sicherheitsanstellung Sperren für alle außer Haushalt So Weil das hier ist der PC Für alle vom Haushalt Wobei eigentlich muss ich das sowieso bei jedem PC machen Aber erstmal schicke ich sie dann essen denke ich Und dann wird sie ähm sich an die Beförderungsaufgaben machen Weil ich schreiben sie fast durch ne Ja Wobei auch bei der Logik Also ist ja nur noch ein Level bei beiden So dann würde ich sagen Ich schicke sie erstmal schreiben üben Und dann schicke ich sie ähm Ja Schicke ich sie halt hier Ja Ja S-Mindai könnte halt auch einen freien Tag bekommen durch Octavia Aber ja weiß ich jetzt nicht ne Ob wir S-Mindai wirklich zuhause brauchen Einen Charme mehr um den ich mich kümmern muss Weiß ich jetzt nicht Vielleicht irgendwann mal da Weil die beiden sind halt echt gut am arbeiten so Könnte ich ruhig mal auf Freitage können so Und Marie die ist äh fleißig am zocken Das kannst du bei dem PC eigentlich auch mal kurz einstellen Während meiner was mit Bellas Tochter veranstaltet Ich soll ein Objekt zurückgeben Ne wir sind nicht die Wohlfahrt Wir sind nicht die Wohlfahrt Wir sind die super mega Diebe hier Super mega Ciao So ich müsste auch mal wieder mit meinen Haushalts Mit meinen Mitbewohnerinnen Eigentlich was machen so Aber erstmals eh Kersti dran Und dann kann meiner sich ausruhen Alter wie dann brauchst du Und wie lang seid ihr beschäftigt Seit ihr durchhalten hier Weil Alter Das ging ja über Echt lange Zeit hier So lange das mein Äh Noch schlechter geht das ohnehin schon Aber gut ne Für Kersti da hängt halt schon mal gerne durch Nein nicht mit der Pflanze beschäftigen Kassen candy Sag nicht du gehst drauf dann Das wäre echt so ein Prank ey Das wäre echt so ein äh Schlecht gemeinter Scherz von den Entwicklern Er lausgerechte Cassie drauf äh Candy drauf geht anstatt halt der Eleanor Das wäre Das wäre richtig richtig dreckig Wenn die sowas machen ey Aber gut Äh Jenna du darfst auch was essen Du zauberst einfach Wobei eigentlich Das hier müssen wir sowieso äh Vernünftig her zaubern Weil nicht dass der äh Kleine Manual da dran geht Weil Ne der soll ja äh Ein Youtuber werden Haha Hat Spaß So Kerstlichkeit wird gemacht So Eleanor ist ohnmächtig Ich hoffe ihr verpasst euch mal aus dem Raum daraus Geht Schlecht Schlecht Irgendeine Dusche ist kaputt oder Hab ich doch gehört hier ne Ok die nicht Ich hab auf jeden Fall eine Dusche gehört aber Scheinen Wahrscheinlich hier ne Aber warum hab ich die dann gehört so Ok die ist nur ein bisschen dreckig so was machst du kurz und hier mal den klo dann hat sie erst nach der dusch haben gehört warum kann sie das nicht reparieren egal dann repariert sie das halt einfach normal und das wird dann einfach aufgezaubert hier und dann kann sie sich wirklich was zu essen nehmen wobei es macht sie ja dann sowieso und die kuchen muss auch der kuchen muss auch geringst werden schnell wie es minder so ist das falsche klo okay so ist das am schlapp auf spiel lasst mich pausieren will die pflanze geht dadurch drauf nur weil die mal wieder ihre faxen veranstalten müssen und wer ist denn die eine hier frau die vor der haustür ist das jua endo und sieht auch nicht verkehrt aus aber meiner der schlafen schwingen war und jener der pia beschäftigen lassen ob die anderen mitglieder schnell genug handeln kann frage ich zu bezweifeln ach so mein hat vergessen die gruppen dings weg zu ein ne oder ich habe mich verklebt oder scheiß egal darum kümmern wir uns dann in den nächsten part oder so und ja wir sehen uns beim nächsten